Das Projekt Mobilität Digital Hochfranken nutzt innovative Möglichkeiten der Digitalisierung, um genauere Prognosen für den Transportbedarf im Personennahverkehr zu erstellen. Die Lücke zwischen öffentlichem Personennahverkehr im städtischen Bereich und im ländlichen Bereich ist relativ groß. Wir hoffen durch neue Formen der Mobilität, aber auch letztlich durch die Möglichkeiten, die sich durch die Digitalisierung anbieten, um diese Lücke schließen zu können. Unsere interessanteste Datenquelle sind Bewegungsprofile. Wie bewegen sich die Menschen tatsächlich in dieser Region? Wir sehen hier ein Wegenetz, bestehend aus Straßen, Fußgängerwegen, teilweise auch aus Parkplätzen. Das sind alles Daten, wo wir quasi ein Bild von der Region bekommen, wie sich die Menschen bewegen. Dann ist es wichtig, diese Statistiken einfach auch mit der Karte verheiraten zu können, um herausfinden zu können über die Analysen, was muss man vielleicht am Verkehrsnetz tun oder am Haltestellennetz tun oder Parkplätze neu auszeichnen, um hier sozusagen auch Engstellen beseitigen zu können. Ein wichtiger Baustein innerhalb dieses Projekts ist die Entwicklung einer sogenannten MobiDick-App, die den Bürgern nicht nur ermöglicht, vorhandene Dienste in Anspruch zu nehmen, sondern die es auch ermöglicht, durchaus auch Transportwünsche zu formulieren, so dass man vielleicht aus der Menge dieser Transportwünsche entsprechende Dienstleistungen anbieten kann.